Herzlich willkommen zu einem kurzen Blick in die Sterne. Ich bin Oliver Ehreni aus dem wunderbaren Linz und ich möchte einfach einen kurzen Blick ins nächste Monat werfen. Ich nehme den Frühlingsanfang zum Anlass, der ja gestern stattgefunden hat, dass wir uns einmal so die Tendenzen anschauen aus der astrologischen Sicht. Und ich möchte da beginnen gleich mal mit dem Neumond-Horoskop. Neumond ist so der Beginn eines neuen Mondzyklus. Der läuft ja einmal im Monat, sieht man ja, der wird mal breiter, dicker und dann wird er wieder dünner. Und der Neumond ist so der Beginn eines Zyklus. Und so kann man quasi diese Neumondzyklen auch als eine Phase des Beginns sehen. Und der Beginn, also das, was im Samen enthalten ist, ist ja auch in der Astrologie ein ganz wichtiger Gedanke. Wenn du jetzt mal davon ausgehst, dass man sagt, man schaut sich ja dein Geburtshoroskop an. Das heißt, der Moment, wo du auf die Erde gekommen bist, definiert eigentlich so im Inhalt das, was du an Ereignishorizonten hier erleben kannst. Und deshalb kann man eben im Kleinen auch so einen Neumondzyklus schon ganz gut deuten, was denn da für Tendenzen auf uns zukommen. Ich werde dir das Horoskop mal einblenden. Es ist jetzt nicht so wichtig, wenn du dich nicht auskennst. Also schau mal da ein, das ist blaue, das blaue Kipfel ist der Mond. Das kannst du dir mal suchen da. Und da ist eh so eine Planetenballung. Da ist die Sonne dabei. Natürlich, weil Neumond ist. Dann haben wir da den Neptun. Das ist so dieser Dreizack. Und wir haben die Venus mit drinnen. Und ich möchte jetzt einfach kurz etwas sagen. Also wenn Mond in Fische sind natürlich so teilweise sehr tiefe Gefühle, auch teilweise so dieses die eigenen Gefühle nicht wirklich so greifen können. Also dieses Traumhafte, das ist die Sehnsucht, das ist der Traum. Und ich glaube, wir sind ja in einer Phase, wo wir sagen, wir träumen ja alle mal, wann kommt denn wieder etwas Normales? Wann wird denn mal wieder etwas anders? Aber in dieser Phase erweist sich das eher als ein Traum, als eine Illusion. Und wir haben auch die Venus, die ja auch den Stier repräsentiert. Das heißt, unser Wohnen, unsere Grenzen haben wir jetzt auch im Fische drin stehen. Das heißt, das ist wieder dieses Weg vom Leben. Also es ist eigentlich so ganz weg von dem Natürlichen, von dem wie wir es kennen, von diesem Normalen, dem Rationellen sind wir da ganz weit weg in diesem Fischezeichen. Dann haben wir natürlich auch noch den Neptun am Mond. Das heißt, es ist auch die Verschleierung der persönlichen Gefühle. Also das kann man auch sagen, okay, ich nehme mich selber nicht mehr so wahr. Ich bin da gar nicht so klar spürbar. Und das ist sicher eine Aufgabe, dass man sich auf sich selber besinnt, dass man selber wieder schaut, was ist denn für mich eine stimmige, eine emotional stimmige Wahrheit, dass ich das besser spüre. Denn der Mond hat ja auch eine Pluto-Einstrahlung drauf. Und der Pluto, der steht da im Steinbock. Und er hat dann noch dazu vom Saturn her auch eine Einwirkung, so mit so einem Halbquadrat. Das heißt, wir haben Pluto-Saturn. Und wer sich daran erinnert, sind ja Pluto-Saturn ganz so diese Big Player gewesen, die uns letztes Jahr auch diesen ganzen Umbruch da astrologisch angedeutet haben. Und die wirken da jetzt auf den Mond ein. Und der Mond ist eine Seelentiefe. Das heißt, der Pluto, das ist die Macht oder Onmacht, durch das, dass er im Steinbock steht, der Gesetzgebung, der Gesetzlichkeit wirkt auf das Innere ein. Das selber schwerer greifbar ist, also immer schwerer greifbar ist. Also das ist mal eine Tendenz, wo man wirklich ein bisschen Acht geben sollte. Das heißt, schau, dass das, was du empfindest, wirklich auch dir selber entspringt. Dass das nichts ist, was von außen aufoktroyiert wird, dass du gar nicht manipuliert wirst. Also das ist so diese Macht-Onmacht-Tendenz, die da drinnen ist, die da ganz stark drinnen ist. Im Positiven, und ich möchte jetzt auch gar nicht zu negativ, also man braucht das jetzt auch gar nicht zu negativ sehen, die ganze Geschichte, ist das natürlich auch die Möglichkeit einer tiefen Heilung. Das heißt, es kann eine ganz tiefe seelische Heilung stattfinden. Wäre natürlich auch eine andere Interpretation dieses Neumonds. Aber aus meiner, von meinem Gespür her, von meiner Interpretation her, deckt sich es eher mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Aber wie gesagt, das ist eine individuelle Interpretation. Grundsätzlich gilt wie bei allem keine Panik und wir brauchen uns da auch nicht fürchten. Aber das ist jetzt mal dieses Monat, diese Tendenz. Also wenn du oft einmal nicht mehr sicher bist, was ist jetzt stimmig für mich und was nicht, dann kann das durchaus auch an dieser Neumond-Konstellation liegen. Ja, dann schauen wir noch weiter zum Frühlingsbeginn. Was spielt sich denn da ab beim Frühlingsbeginn? Und kann man daraus jetzt schon einmal leiten, wie wird denn so das nächste Monat werden? Der Frühling ist ja der Witter, ist ja diese Witterenergie, die Sonne. Seht ihr da oben, da haben wir es vorher noch im Fisch gehabt beim Neumond und die wandert jetzt da in das Witterzeichen rein. Das ist so ziemlich, wenn du schaust, so ich sage jetzt mal 11 Uhr, zufällig ist keine Uhrenangabe, aber es ist wirklich auf 11 Uhr in diesem Haus, im 11. Haus steht das jetzt alles. Haus vergesst man mal beim Mondanen, aber nur, dass ihr mal seht. Schaut einmal auf die 11 und da steht die Sonne und die taucht da jetzt in dieses Witterzeichen ein, in dieses Frühlingszeichen. Pioniergeist, Neubeginn, der Winter ist überwunden und wir kommen jetzt in neue Energien und eben in diese Durchsetzungskraft. Und jetzt schauen wir einfach mal, was wir denn da jetzt so drinnen haben. Also wir haben mit Sonne, Venus natürlich schon diesen Drang auch einmal wieder, dass das Soziale, die Begegnung, also da ist die Sehnsucht sehr, sehr groß nach einer Begegnung schon drinnen. Also das merkt man so, Sonne, Venus und auch, dass man das Gefühl hat, okay, man möchte wieder mehr am Leben teilnehmen. Jetzt ist nur die Frage, okay, lässt sich das denn da so durchsetzen oder nicht? Und wir haben aber gleichzeitig eben hier auch den Pluto, der da im Steinbock steht, mit einem Sextil auf der Sonne drauf. Und was bedeutet das? Ich habe zum Pluto schon im letzten Video gesagt, das ist die Schändung der Rechtsstaatlichkeit. Man könnte auch sagen, die Transformation der Gesetze. Und ich möchte jetzt noch etwas über Prinzip Pluto da hinzufügen, weil vielleicht wird es dann besser greifbar, die ganze Sache. Also Pluto kann man sich auch vorstellen, das ist meine eigene Vorstellung. Das ist meine ureigene Gedankenwelt. Der Pluto gilt ein bisschen so als Verführer. Also wenn du das nicht machst, dann könnte es eine Konsequenz geben. Und nachdem dieser Pluto, dieses das will ich und diese absolute Sturheit und Eingemauertheit im Steinbock steht, kann das heißen, dass natürlich diese Kräfte auch momentan wirken, auch in Regierungskreisen wirken. Das heißt, es geht da ganz stark um diese persönliche Vorstellung. Und diese persönliche Vorstellung ist natürlich auch eine große, große Angst gekoppelt. Wenn du das nicht tust, dann passiert etwas. Und diese Angst wirkt also auch noch auf diese aufkeimende Lebenskraft. Die bremst also quasi diese aufkeimende Sonne und diese Lust nach mehr einfach aus. Und da merkt man auch, dass es wahrscheinlich wieder mehr Einschränkungen geben wird, dass es eher mehr Konflikte geben wird, dass es mehr zum Brodeln kommen wird, jetzt so im nächsten Monat. Also meines Erachtens nach wäre dieses ganze, ja es wird was leicht oder aufgesperrt, wahrscheinlich nicht möglich. Also wenn wir jetzt rein von dem her reden, von Österreich raus, glaube ich, ist das astrologisch nicht durchführbar und auch nicht so umsetzbar. Wir haben dann natürlich auch noch dazu diesen Saturn im Wassermann. Und der ist ja im Quadrat mit dem Uranus. Das heißt, das ist immer noch der Uranus, der im Stier steht. Das ist immer noch so dieser Konflikt. Eigentlich sagt uns, der Uranus, es gehört etwas gewandelt, es gehört etwas über Bord geworfen, es gehört etwas geändert. Und auch der Saturn im Wassermann gehört, es gehört eine neue Vision her. Aber nachdem dieser Saturn meines Erachtens nach noch so von diesem Pluto aufgeladen ist, von dieser großen Konjunktion, die wir da hatten letztes Jahr, ist dieser Saturn noch sehr gefangen. Das heißt, auch diese Gültigkeit, Gesetzmäßigkeit für alle ist noch sehr im Alten behaftet und sträubt sich gegen Wandlungen. Also ich denke einfach, dass es wirklich darum geht da jetzt, also dass sich das zwar langfristig wandelt, aber so schnell wird das noch nicht passieren. Also jegliche Lockerung oder jegliches unter Anführungszeichen zurückkommen zu einer Normalität halte ich für nicht sehr wahrscheinlich. Außerdem sollte man aufpassen, auch jetzt ganz allgemein betrachtet, mit den Maschinen beim Autofahren. Also das klingt jetzt zwar sehr profan, aber da bitte aufpassen. Es kann sein, dass es viel aggressiver jetzt zugeht. Einfach durch das, dass auch Merkur-Mars dann ein Quadrat rein haben. Und das ist jetzt, also der Merkur ist jetzt auch nochmal so die Auflösung eigentlich von Funktionen. Und der Masi mit dem Zwilling ist natürlich auch so ein bisschen das Technische. Also das kann da dran liegen. Und man muss jetzt einfach mal schauen, wo die Reise natürlich hingeht. Aber grundsätzlich einfach aufpassen, auch bei kleineren Reisen. Das bitte nicht im Stress machen, weil da hat man natürlich gewisses Unfallspotenzial mit dabei. Und es wird natürlich auch der Ton immer ruppiger. Wir haben auch diese Mars-Pluto-Spannungslage da drinnen. Und das ist immer so ein bisschen so auch so, dass mit Gewalt Dinge durchsetzen wollen. Und das ist nicht die harmonischste aller Konstellationen, sagen wir mal so. Aber grundsätzlich lässt sich sagen, also das sind mal so die, das sind jetzt mal so die mondanen Wirkungsweisen. Das soll jetzt auch nicht zu negativ klingen. Ich möchte jetzt nur nicht, ich möchte jetzt nur immer wieder darauf hinweisen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Egal, was da jetzt astrologisch sich abspielt und wie das nächste Monat auch wird, werden wir ja sehen. Es ist eben ganz, ganz wichtig, dass man sich dieser Kräfte bewusst wird. Das heißt, wir haben ein erhöhtes Aggressionspotenzial, ein erhöhtes Unfallspotenzial und ein erhöhtes Klammern an diesen alten Vorgaben. Das heißt, da wird es wahrscheinlich nicht die große Innovation geben, auch wenn schon vieles danach schreit. Und wenn man sich das bewusst macht, dann geht es wieder darum, dass ich sage, wo kann ich in meinem Rahmen etwas ändern, wo kann ich in meinem Rahmen etwas machen, ohne mich zu sehr einzuschränken, ohne mich zu sehr klein zu machen. Also wo bist du denn frei? Und da würde ich gar nicht so jetzt anfangen mit diesem großen, oh Gott, da geht jetzt die Freiheit weggenommen oder so, sondern es geht eigentlich darum, dass du sagst, wie schaffe ich es in diesem Rahmen, mich selber durchzusetzen, mir selber das umzusetzen, was mir wichtig ist. Widder ist ja auch so das Prinzip in der Urform, das ist einfach diese reine Energie, die mal da ist. Und wenn man das bezieht auf den Menschen, ist es auch, es geht darum, was willst denn du? Mach dir das bewusst und schau, dass du da möglichst klar bleibst. Ja, das wäre mal so der kurze Überblick über das nächste Monat. Das heißt jetzt so vom Mitte, Mitte, Ende März bis so Mitte, Ende April rein. Und wir sehen uns dann nächstes Monat wieder mit so einer kurzen astrologischen Analyse der nächsten Tage. Wenn dir das gefallen hat, lass einen Daumen hoch da, teile dieses Video, würde mich sehr freuen. Danke, dass die Community wächst. Und ich freue mich besonders, wenn du dich auch mit diesen energetischen Themen beschäftigst, weil das letzten Endes etwas ist, was uns alle im Innersten wirklich antreibt und meines Erachtens nach auch ein Stück weit so diese Menschlichkeit, die Klarheit und auch den Frieden bringen kann, auch wenn die Zeiten jetzt im Außen turbulent sind. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Alles Gute. Und wenn du kein Video mehr verpassen willst, fällt mir noch ein, aktiviere dieses Glockendingensen und wie gesagt, abonniere deinen Kanal. Einmal im Monat gibt es auch hier was Astrologisches von mir noch zusätzlich. Alles Liebe, alles Gute aus dem wunderschönen Linz. Hab eine schöne, wunderbare Zeit nächstes Monat. Die Wetterzeit, die Frühlingszeit, alles sprießt langsam. Gewinnt der Frühling, gewinnt das Licht immer mehr über den Winter. Und das ist eine fantastische Zeit. Wir sehen , was wir sehen uns.